Hallo MOBA-Freunde und Eisenbahninteressierte! Ja, am Tag der Eisenbahner war ich ja in Rheinkamp und in Van Eyckel und wenn ich schon mal in der Nähe von Duisburg bin, dann muss man natürlich einen Abstecher machen zu Thyssenkrupp-Stiel, um sich den Wegverkehr mit seinen vielen Torpedofannen und allen anderen anzuschauen. Es ist einfach immer wieder toll. Seht selber, ich wünsche euch viel Spaß damit, bis demnächst und denkt immer dran, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und lasst auch gerne Kommentare da. Bis bald! Tschüss! 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 Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Mann, ich bin mit nach einer Bankjua-Kosnappa in der ehemaligen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH. 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 WDR mediagroup GmbH.